Macht mal die Augen zu. Dreht euch im Kreis und zeigt auf irgendwas. Und das auf was ihr zeigt, wenn ihr die Augen aufmacht, das war alles mal ein Traum, das war alles mal ein Gedanke. Klatscht in die Hände, macht ein bisschen Lärm für Lisa Tickmeier. Das ist das Highlight eigentlich, oder das ist das i-Tüpfelchen auf allem. Bastian Schramm. Also Träume von anderen nicht zu verurteilen, sondern jedem den Freiraum zu geben, seinen Traum nachzugeben. Sida Ahmad Kreuzer. Was ist das Ursprüngliche, was mich eigentlich glücklich macht? Cornelia Rosenboom. Wenn man nicht träumt und nichts hat, wonach man strebt, dann bleibt man stehen. Und Namika. Ich glaube, Träume sind superwichtig jeden Einzelnen.